Hallo, hier ist wieder der Heidemacker mit einem kleinen Rätsel für euch. Ich hoffe, ihr könnt es lösen. Wenn nicht, werde ich euch die Auflösung dann gleich mal geben. Also wenn ihr zehn Sekunden warten wollt, dann zeige ich euch die Auflösung. Ansonsten drückt bitte die Pause-Taste und rätselt bitte weiter. Noch fünf Sekunden. Drei, zwei, eins. Also wenn ihr euch ganz sicher seid, dass ihr nicht selber weiter rätseln wollt, den Fehler finden wir hier, indem wir zweimal den drin haben. Ist doch ganz einfach, oder? Ich werde noch ein paar andere Rätsel einstellen. Ich habe noch was gemacht. Schaut einfach wieder rein. Euer Heidemacker. Tschüss.